So, wir haben jetzt einen Summer aus dem Relais gemacht. Das heißt, wir haben ein Relais eigentlich ein bisschen missbraucht. Wir haben es umfunktioniert zu einem Summer. Warum summt das Ding? Eigentlich relativ einfach. Wir verfolgen mal die Elektronen. Die fließen hier vom negativen Pol über den Ruhekontakt zur Spule des Relais und zurück zur Spannungsquelle. Das heißt, in diesem Fall wird diese Spule ein Elektromagnet. Zieht den Schalter aber an und der geht und wechselt zur anderen Seite. Wenn er zur anderen Seite wechselt, ist der Stromkreis unterbrochen und das Relais, also die Spule erzeugt kein Magnetfeld mehr. Mit anderen Worten, das Relais lässt wieder los und der Schalter schaltet den Stromkreis wieder an. Sobald er wieder angeschaltet hat, wird der Kontakt wieder betätigt und automatisch ist der Stromkreis wieder offen. Das heißt, der Kontakt wird sich wieder dahin bewegen. Ganz einfach.